Willkommen zurück bei The Walking Dead. Season 2. Wir sind immer noch in diesem komischen Supermarkt-Gefängnislager gefangen und wir schauen jetzt mal, ob unser toller Plan, an Funkgerät zu kommen, klappen wird. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir werden sehen. Ich denke, sie sind die Schmerz-Garren in der Welt, aber sie sind keine Idioten. Sie sehen, sie sind in deinem Bunk, wir sind alle fertig. Shit, er kommt zurück. Ich muss dich gehen. Ich kann nicht hier stehen. Ja, könnte man so sagen. Sieht jetzt nicht sonderlich vielversprechend aus da draußen. Ich kann nicht wissen, was ich sehe. Es muss 2.000 oder 3.000 von ihnen sein. In der Parking-Lot? Nein, nicht in der Parking-Lot. Ich kann nicht alle sehen, aber ich sehe die Duster, siehst du. Also, du bist nicht sicher? Was, wie viele es gibt? Ja. Wie kann ich sein? Fuck. Ich hoffe, sie passen bei uns. Gott, ja. Du denkst, dass wir bereit sind? Ich weiß nicht. Bill denkt, dass wir sind. Natürlich macht er, aber er dachte, dass wir das gleiche als letzte Mal. Wir haben viel gelernt seit der letzten Mal. Ist das genug? Wir werden wissen, ob sie diesen Weg gehen. Ja. Ja. Okay, wir können nicht hinten rumschleichen. Das war wohl doch vorne rum. Schauen, dass wir hier ein leichter reinkommen. Na, das wird. Das war doch gut, das. Na, jetzt. Ja, das ist ja gut. Und ich weiß, wie viele Leute kommen. Das ist ja da. Wir gehen. Was ist ja da. Wir gehen. Wir gehen. Das ist verrückt über Reggie, oder? Ja. Du denkst, Bill... Geh weiter. Nein, nur... Ich dachte, ob du vielleicht Bill glaubst... Sprich es, Hank. Ich glaube, Bill wird nicht wiederholen. Hm. Du bist nicht? Nein. Du bist? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, wirklich? Kein Scheiß? Du denkst, wir sind bereit? Ich denke so. Die Homestead, zumindest. Ich bin nicht sicher über die Expansion. Sie sind da, einfach... ...moaning. Das ist das, was sie machen. Es macht mich verrückt. Es ist wirklich unnerving. Ich weiß, was du sagst. Du denkst, dass wir ihn jetzt anwenden. Ich habe das nicht anwenden. Du hast nicht anwenden, oder was? Es ist ein bisschen anders, wenn es die Menschen umgekehrt sind. Ich gebe dir das. Also, was machst du morgen? Bill möchte ich anfangen, um diese Beydor zu verabschieden. Ist das, warum du da bist? Ja. Was ist das wiederum? Troy zurückgebracht hat, als wir die Prisoner... ...die neue Leute in. See? Es ist schwer nicht zu nennen, die Prisoner. Anyway, ich schaue es jetzt. Ich glaube, wir haben das, was wir brauchen. Jesus, wirklich? Wir haben vieles zu verabschieden, um diesen Ort zu verabschieden. Ich kann nicht sicher sagen, ob wir die Materialien überhaupt hatten, bevor wir zu verabschieden haben. Ich würde mal sagen, die unerfälligste Nummer war das nicht gerade, aber gut, wenn es geklappt hat. Soll es uns recht sein. Du kriegst ihn? Okay, schau runter. Ich habe dich. Wir sind besser in den Bett. Troy wird immer wieder zurück. Bill? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das war so cool. Danke, Clem. Ich habe ihn gesagt, du wahrscheinlich nicht sterben. Nice job. Danke. Ja. Anyway, wir gehen jetzt. Ich habe ihn gedacht, über Duck heute. Über seine dumm face. Über seine dumm, kleine face. Die erste Dinge, die sich zu minden sind, immer die dumm Dinge he warst. Der Typ war immer in den Karten. Um alle, wo er zu gehen, geht, er einfach zu gehen. Er konnte nicht stoppen. Das macht es immer schwer, er zu erinnern. Er war ein guter Junge. Ja, da hat er wohl recht. Zumal davon auszugehen ist, dass wieder irgendwas schief gehen wird. Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Er ist wo die resten von dir gehen, um zu arbeiten. Rebecca, Nick, Sarah, Jane, wenn du eine Piste gehst, mach es jetzt. Der nächste Pause wird nicht für eine Zeit. Troy wird kommen für die resten. Warum sie? Wo ist sie? Wie gesagt, Troy wird kommen für die resten. Okay, wenn wir etwas machen müssen, müssen wir es jetzt machen. Und wenn Luke es all wir haben, dann wir mit ihm pairen. Ich kann es machen. Wo ist die Meeting? Mike. Ja? Clementine sollte es machen. Sie sind scheinbar? Kein Angelegenheit. Aber du kommst jetzt. Das ist verrückt. Sie ist ein Kind. Hier sind Millionen Reasons. Sie kennt Luke. Sie kann es nicht. Sie hat die ganze Radio für uns in der erste Platz. Wer ist das? Ich bin sorry, Mike, aber ich weiß Sie nicht von Adam, okay? Und wenn ich jemanden für jemanden tun das so wichtig ist, ich sie vertrainde. Ich glaube sie. Kenny ist richtig. Ich sollte es tun. Ich habe dich nicht so, was ich zu tun. Sie braucht keinen Respekt. Gib mir die Radio. Alles klar, kleine Mädchen. Wir gehen nach Becken. Alles klar. Und nicht heute wie heute. Keine Worte. Keine Worte. Diese Wurster wird dir beherrschst. Je zu diesem Tag. Entste? Ich bin Angst, ich brauche eine Antwort, Frau. Ich habe dich gehört, okay? Gut. Komm schon. Oh, du hast deine Pockets aus. Ich werde deine Tags auf etwas geschnitten bekommen. Los geht's! Ja, ganz so clever wie er meint, ist er halt doch nicht, der Trey. Hey, sie ist mit mir? Oh shit, ich habe fast vergessen. Ja. Na gut, dann mach sie. Ich weiß nicht. Warte, warte. Was ist passiert? Keine Worte. Es ist nur eine andere Art. Komm schon, City Mouse. Kannst du sie eine Pause? Sie würde wirklich lieber mit uns bleiben, Menschen, die sie wissen. Was machst du? Was machst du denn? Ich wollte nur sagen, dass du alles gut bist. Ich glaube nicht, wenn du mir gesagt hast, Reggie. Ich bin und habe Bill gefunden, als ich dich verlassen habe. Ich habe gedacht, dass er, wenn er es getan hat, er hätte einen bestimmten Entschuldigung machen können. Aber Bill war so ein Matter-of-Fact über das Thema. Wie er ein Weed oder so gemacht hat, wie es zu tun hat. Und das war nur ein von den Momenten, als dein Blut fliehen, mit dem Blut fliehen, auf und nach deinem Arm. Weil es sich so, dass die Person, die du glaubst, nie war es da. Du fühlst dich nervös, Clementine. Was ist das Problem? Du weißt, du kannst mit mir sprechen, nicht wahr? Ich bin nicht wahr, als ich dich kennengelernt habe, aber ich versuche, dass das alles, dass das nie wieder passieren wird. Bonnie, ich... Ich würde lieber sein, bei den Menschen, die ich glaubte. Ich verstehe, dass du nicht zufrieden hast. Ich werde dich nicht zufrieden, wenn du nicht möchtest. Geh, zurück und mit Kenny zu sein. Ich werde dich nicht zufrieden, wenn du nicht zufrieden hast. Ich werde dich nicht zufrieden, wenn du nicht zufrieden hast. Ich liebe dich nicht zufrieden, wenn du nicht zufrieden hast. Luke? Luke? Es ist mir, Clementine. Es ist sicher, dass du rauskommst. That looks really old. He's probably fine. Luke? Where is he? Luke? If you're hiding, come out. Luke? Was he sleeping here? I swear to Christ, you're gonna regret this. I was... You ain't supposed to be out here. You people been here one fucking day and already you're fucking up. Will you wait and see what happens? Move! Hey! Get over there. And how is it that we're repaid for our trust? With treachery? With deceit? With theft? What's going on? I don't know, Clem. Whatever you were planning is over. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. Cause there's nowhere else you can go where it ain't. Tough is all we got now. Get that through your fucking skulls. Luke here, he can't help you now. You gotta help yourselves. You gotta help me find the strength to forgive you. Now you can start. By telling me where the other one is. I'm gonna count to three. If that radio ain't in my hand by then, we'll have to make things more difficult. One. Two. I found it. It's right here. I got it. I found it. It's all right. Sorry about that. Not sure what I was thinking. Three. Fucker. No! Oh, God. Jesus Christ. Stop. Stop him. Somebody stop him. Troy, do something. Let me go. Clementine. Help me. You don't have to do this, Bill. No. Stop it. Kenny. Kenny. Little shit. Bill! That's enough, Bill! Please! Bill, there's a breach. All right, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah. Okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move, because we're leaving tonight. We're leaving tonight. Ow. Dang it. What did she say? She said she can get us out of the pen, if we can get the PA-System going. The second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know, I'm sorry, I know part of this is my fault. I know part of this is my fault and I got caught. We can't stay here. But if the other works better for you? It's pretty risky, guys. Risky? Did you see what that son of a bitch just did? The plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. This guy's fucking crazy. Who knows what he'll do next? Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit. Sarita in no shape to do anything and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up. Okay, we should bide our time and we should wait for an opening. Bonnie's agreeing to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. I don't know, guys. Luke's making sense. Maybe we should wait. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies that picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. Where's Kenny? Doc's over there working on it. And don't look good. Can I see him? I don't think that's a good idea. His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could. Cleaned it. Got some of the swelling down. Bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Fuck. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Dammit, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! There is no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? What are you saying? No, we're not leaving Kenny. That's not fair. We stay together. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Because... you won't have to. I'm all right, hon. We leave tonight. Plan don't change. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You all right? That wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. Are you gonna be okay to go? Yeah, this ain't nothing. All right. Well, then what now? We get the hell out of here. Like now, now. Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it. We need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a civil war site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stop there after we escape the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that. Yeah. Da raten wir doch mal dreimal, wer das machen darf, wenn wir was erledigen müssen. Wait, wait, hold on. She's the plan? Why is it always me? Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Ja, dann schauen wir mal, was noch so alles schief gehen kann. Und wo hier die ganzen Knöpfe sind zum Hindrücken, würde ich mal sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.